Wo ist der random B6? Echt in die Gegend hier jetzt einfach echt schon wunderschön. Vor uns ist jetzt Bugatti mit zwei Leuten drin. Aber der, der eben vor uns gehalten hat... Das ist nicht höher. Das ist nicht höher. Genau, hier im Isbeck aufgehen wollen wir es hier machen. Von Grafen auf jeden Fall. Auf jeden Fall Tino. Na jetzt hier eine Baustelle Tobi. Ich mache ihn zu sehr. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Unfall. 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 Vielen Dank. 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 Yeah, Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, Yeah, 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 Yeah Yeah. Danke. 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 Den einen. Und du hast dein Kesk. Es habe jungen Meere, dann etwas Sport noch. Junge. Oh, du warst gar nicht schlecht. Echt? Ich bin mir nicht so sicher, aber auf jeden Fall ist das genau dieses... Nein, dieses nicht. Ich hab' ich nicht gesehen, äh... Es ist so oft, oder? Es ist speziell. Ja. 13. 13. 15, oder? Bis später. Gut, und weil es halt nicht... Ich hab' nie gestern Abend. Ich hab' eigentlich angekündigt, mal gucken. Eder V8. Und er hat Thulingfelgen, aus Ebersberg. Thulingfeld. Mischendio, Thulingfeld. Mischendio, Thuling. Mischendio. 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 Aber, ich sag' ja, wenn wir in der Schweiz kriegen, ok. Dann wäre vergessen... Ne, beim Filmen...